Ich habe nur diesen Duft gebrochen und das war ein Sprüher. Willkommen zurück Freunde, Dennis hier aka Fraganstalk. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und ihr habt es gesehen, Diesel, die um diesen Duft geht es. Also bis jetzt ist Diesel an mir vorbeigegangen, wirklich vorbeigegangen. Also diese Düfte mit der Faust und so, das ist irgendwie nichts für mich gewesen. Aber dieser Duft, ich werde es euch gleich erzählen, also ich bin schon etwas angetan und begeistert. Aber bevor ich diesen Duft vorstelle, für alle Neuen, die das erste Mal hier auf meinem Kanal sind, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal. Das würde mich natürlich freuen und wenn ihr die Glocke drückt, dann verpasst ihr natürlich kein Video mehr. So, Diesel, die, ja der Flakon ist, ja, ist gar nicht schlecht gemacht. Es ist für die Jugend, grundsätzlich ist es ein Duft für die etwas Jüngeren, aber ich finde ihn also richtig gut und meine Frau mag ihn auch. Also das ist ja nicht selbstverständlich. Also gleich vorweg, er hat eine Silage, die drei Stunden richtig gut performt. Jedenfalls bei mir, wie gesagt, Haut ist, Haut ist, Haut ist, Haut und Haut, sorry, ist anders. Aber der hat schon Dampf, also das ist nicht schlecht. Die Halbbarkeit liegt auch so bei sieben Stunden, sieben, acht Stunden. Das ist gut, das ist wirklich gut. Und der Duft ist Bergamotte und Ingwer am Anfang. So, gleich vorweg, verwechselt das nicht, oh, warte mal, Ingwer, da ist doch irgendwas, Yves Saint Laurent Wai. Nein, nein, so riecht er nicht. Yves Saint Laurent Wai ist was ganz anderes. Yves Saint Laurent Wai ist geil, der funktioniert immer bei Frauen zum Beispiel. Ist nur so, dass er sehr synthetisch ist. Das hat dieser hier, finde ich, so weit gar nicht. Hier ist auch noch Baumwolle drin. Ja, das macht wahrscheinlich dieses, dieses leicht weiche, cremige. Und ich dachte einfach, ich widme diesem Einzelvideo, weil auch mal wieder Einzel-Düfte, die in Einzelvideos vorgestellt werden müssen, mal wieder. Ja, es läuft aktuell, egal, nicht nur, es ist nicht so in im Moment. Im Moment sind einfach so Top Ten immer in. Aber ich finde, dann gehen viele Düfte baden. Natürlich kann man sie auch in den Top Ten vorstellen, aber sie fallen nicht so auf. Und deswegen sollte das mal, oder sollten wir mal alle, nicht nur hier überhaupt, das fällt mir ja überall auf, sollten wir mal wieder ein bisschen zurückgehen auf, sag ich mal, Reviews, die auch einzelne Düfte vorstellen. Ich meine, das ist ja selbst bei den USA angekommen, immer nur Top Ten, ja, das ist schön, aber nur. Und dann gehen diese neuen Düfte zum Beispiel wirklich unter. Und deswegen dachte ich, ach, scheiß drauf, wirklich, ich werde diesen Duft auf jeden Fall vorstellen. Das ist ein wirklich schöner Duft von 16, also man kann ihn definitiv ab 16, 17 tragen. Und ja, ich sage jetzt mal aufwärts, ich sage ja immer, man tragt das, was ihr wollt und so weiter und so fort. Lavendel ist hier auch noch drin, nehmt ihr auch gut wahr. Also ein schön cremiger Ingwer, rieche ich nicht ganz so stark. Im Hintergrund ist das da, aber das reicht auch so. Bergamotte, dann die Süße, die hier drin ist. Er hat eine schon gute Süße, aber die nervt einen nicht. Also das ist wirklich gut gemacht. Und ich weiß nicht, ich bin, wie gesagt, ich bin sonst kein Diesel-Fan, aber der hat es mir angetan. Also ich finde ihn wirklich gut. Also Leute, wenn ihr mal einen süßen, erfrischenden, ja, frisch, süß oder süß, frisch haben wollt, einen Duft haben wollt, der jetzt auch funktioniert, natürlich nicht bei 36 Grad, aber trotzdem bis 25 Grad, dann testet den Diesel die, ne, also ich muss nochmal sprühen. Vanille ist hier natürlich drin, Amber Harz glaube ich auch. Also das ist, ja, also der riecht wirklich schön. Also das ist ein richtig guter Duft. Also wie gesagt, bei mir hält er gut und hat auch wirklich eine sehr, sehr gute Ausstrahlung, die ersten drei, vier Stunden. Also ich hatte einen anderen Duft drauf und habe den bekommen, habe ihn hier nur raufgesprüht. Ne, habe ihn hier nur raufgesprüht und hatte den anderen, ich glaube mit zehn Sprühern drauf, einen frischen Duft. Wir waren dann kurz essen, mittags. Ich habe nur diesen Duft gebrochen. Und das war ein Sprüher. Also Leute, Diesel, die hat schon Stil und Speed. Also ne Leute, wirklich, Diesel, ich hätte das nicht gedacht, dass das so kommt und dass das so ist. Ich habe schon gedacht, ja, okay, Diesel, also die mit der Faust da, diese Flakons, die sind schon nicht wirklich so gut, aber hier, ich muss sagen, und testet den. Testet den einfach, sprüht den auf, egal wo ihr was liest oder so, come on, ihr wisst das. Ne, so eine Düfte kommen so und so nicht gut an. Ja, normalerweise bei mir auch nicht. Aber ich erzähle euch ja kein Mist, das wisst ihr. Also Diesel, die ist auf jeden Fall sehr gut tragbar. Schöne Vanille, ein bisschen Ingwer, frisch, Bergamonte und so weiter. Deswegen und durch die Baumwolle, Baumwolle, was weiß ich, wie Baumwolle riecht die nach, ja, auf jeden Fall cremig, weich, umhüllt. Also richtig nice. So Leute, das war Diesel, die ich habe ihn übrigens auch schon bei TikTok vorgestellt. Da könnt ihr auch mal bei mir vorbeischauen, TikTok, wenn ihr Bock habt. Ich bin jetzt gleich vorweg, ich werde das da machen. Vielen Wunsch von vielen, die wirklich sagen, macht bei TikTok das auch immer weiter, mache ich. Aber ich möchte kein TikToker sein, ich bin YouTuber und so weiter. Und deswegen, trotzdem werde ich das da machen. Also schaut vorbei, es kommen jeden Tag einige neue dazu. Freut mich, kommen auch gut an, die Videos da, also schaut da mal vorbei. So und für alle Neuen, nochmal abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Und an meine Mitglieder, vielen Dank nochmal, dass ihr diesen Kanal unterstützt. Auch an meine Silbermitglieder, natürlich Silber, Gold, Platin, stark, dass ihr dabei seid. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.